Hallo und herzlich willkommen bei PokeVestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon-Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel und lange ist es her, nun ist es mal wieder soweit. Ihr bekommt ein Video zu Vista Universe und heute auch in einer XXL-Version wahrscheinlich, denn ich werde hier einige Informationen für euch bereitstellen und das sehr, sehr ausführlich ausführen. Und wir gehen auch auf alle Karten ein, schauen uns mal an, wo die jetzt mittlerweile preislich liegen, denn da hat sich ja in den letzten Monaten seit Anbeginn des Jahres so viel getan, ja gerade auch durch den letzten, ich gehe stark davon aus, dass das der letzte war, letzten großen Reprint und Restocks kann es natürlich weitergehend auch immer noch geben, aber auch hier ist es meiner Meinung nach, ja jetzt wo das Display bzw. wo das Set, lasst uns mal ganz kurz schauen, wie alt es genau ist, jetzt ja, ja schon fast auf die zweieinhalb Jahre zugeht, ja man kann sagen auf einem eher niedrigeren, nicht Niveau, ja niedrigen Einstiegsniveau, das ist es wohl jetzt gerade, aber niedrigen Risikopaktor, was jetzt Reprints anbelangt oder große Restockwellen. Genau, ja, auf jeden Fall keep that in mind, würde ich mal meinen, denn ja wir haben hier und ich habe es gerade vorweggenommen, super starke Einstiegspreise, das möchte ich mal ganz kurz sagen. Ich denke, ihr wisst, wieso, weshalb, warum ich von diesem Produkt so überzeugt bin, das werde ich jetzt hier nicht irgendwie noch groß ausführen. Die Leute, die mich hier lange verfolgen, die wissen es, die Leute, die es nicht wissen, schaut mal mein allererstes Video auf meinem Kanal, ja die Chance des Jahres oder so habe ich es genannt und das werde ich auch nicht löschen, Ich bin von diesem Produkt nach wie vor 100% überzeugt und ja, im Preis ist es jetzt deutlich günstiger als damals, aber was wir gerade auch in den letzten 30 Tagen im letzten Monat sehen, sind auf Card Market immer weniger verfügbare Artikel und eine Stabilisation im Preis. Schaut euch dazu auch auf jeden Fall das Weekly an, dort gehe ich da auch nochmal mehr drauf ein, aber das möchte ich jetzt einfach mal kurz eingehend so sagen. Wir sehen Preise von einer Privatperson, ein Display, 70 Euro und beim ersten Gewerblichen seid ihr bei 72 Euro. Vorsicht, Werbung in eigener Sache jetzt. Ihr seid hier bei meinem Partnershop Pikamon bei 72 Euro, gleicher Preis wie auf Card Market. Allerdings habt ihr als Zusatz bei Pikamon momentan die Möglichkeit, Cashback zu kriegen, bis zu 4%. Das heißt, wenn ihr hier beispielsweise euch eins reinholt für 72 Euro und dann entscheidet, ja, ihr wollt die 4%, dazu müsst ihr die SEPA-Überweisungsmethode auswählen. Es wird euch aber auch angezeigt im, ja, Bezahlvorgang, ganz, ganz easy, steht auch Pokevestments dazu, ja, daneben. Und wie ihr das Ganze aktivieren könnt, den Cashback, ist ganz einfach. Ihr gebt hier die magischen Worte ein und zwar Pokevestments. Ob ihr das groß schreibt, klein, ist egal. Der erkennt das und nimmt das hier mit auf. Nicht wundern, der Cashback, über den ihr dann letztendlich verfügt, der wird euch nach der Bestellung gut geschrieben. Ihr kriegt dazu eine E-Mail. Ja, auch da nicht wundern, wenn ihr über SEPA-Überweisungen bezahlt, dann werden euch erstmal nur 2% Cashback angezeigt. Wenn ihr dann aber euch einloggt in eurem Account, sind die 4% von eurer ausgegebenen Summe gut geschrieben. So, das kurz dazu. Und Leute, 72 Euro ist, ja, ein sehr, sehr starker Preis für das, was man geboten bekommt. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir geboten bekommen und wie viel das, was wir hier geboten bekommen an Karten, momentan wert ist. So, wir sehen die schönen Goldkarten, die Karten aus dem Godpack, paar Waifu-Karten, paar schöne, ja, Glurak-Mutu-Karten, auch Evolutions sind dabei, weitere Trainerkarten, die ihr kennt. Und eine superschöne Suikune und Raikou-Karte, wie ich finde. Und das erstmal ganz kurz so ganz oberflächlich. Wir können hier auch nochmal auf die zweite Seite gehen und gucken, was wir hier noch haben. Neben weiteren Trainerkarten haben wir hier auch andere schöne Karten-Illustrationen dabei. Ihr solltet sie kennen. Unter anderem auch, ja, diese schöne Mew-Karte. Auch eine so, so schöne Karte. Aber das ist nur subjektiv. Das ist meine subjektive Meinung. Sowieso alles keine Handelsempfehlung hier, was ich in diesem Video verzapfe. Bitte macht eure eigene Meinung. So, wir gucken mal auf die Preise. Giratina Vista in Gold. Aus Deutschland für 65 Euro zu kriegen. Ja, vor dem großen Reprint, weiß ich noch ganz genau, die war die teuerste Karte. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt auch hier in diesem Video die teuerste ist oder ob das Pikachu gleich teurer ist. Bei 115, 120 Euro, also einfach mal im Preis um 50% nach unten gegangen. Das ist natürlich bitter, wenn man da oben eingekauft hat. Okay, dann die Arceus-Karte. Ja, auch schon sehr, sehr lange jetzt hier auf diesem Level von 40 und beziehungsweise zwischen 40 und 50 Euro. Bei 45, auch diese war deutlich teurer damals. Okay, gehen wir jetzt weiter. Jetzt wird es spannend. Da haben wir das Pikachu, was man nur im Godpack erhält, wenn man das zieht. Und da müssen wir natürlich auf die einzelne Karte gucken. Und wir sehen, dass diese Karte für 100 Euro verkauft wird. 100 Euro. Und gerade die PSA 10 kriegt man auch sehr, sehr günstig importiert aus Japan. Und man kriegt sie auch, habe ich gesehen, bei Ebay relativ günstig momentan. Also die Karten sind gerade sehr, sehr günstig zu kriegen von Vista Universe. Ja, es gibt extrem viele und ja, dieses Set ist auch overprinted und overgraded. Ja, es gibt extrem viele gegradete Karten. Aber trotzdem hat man meiner Meinung nach jetzt gerade, ja, ein sehr, sehr gutes Einstiegsniveau für diese Karten, für diese tollen Illustrationen. Man kann relativ sicher davon ausgehen, dass jetzt keine großen Reprint- oder Restock-Wählen noch kommen. Ja, das heißt, es gibt mehr Stabilisation für den Preis, für den man letztendlich dann auch in eine Karte beispielsweise dann gegebenenfalls reingeht. Ja. Und, ähm, ja, muss halt sagen, so leicht ist die nicht zu kriegen. Ja, ein Godpack ist jetzt nicht in jeder Boosterbox drin. Deswegen finde ich diese Karte auch so spannend. Habe mir da auch mal eine PSA 9 gekauft. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Könnt ihr auch mal auschecken, wenn ihr es nicht kennt und euch das interessiert. So, Cynthia's Ehrgeiz. Was haben wir hier? 40 Euro. Ja, auch die war bei 100 Euro. Weiß ich noch, ja. Da gab es die bei Pokecorner für 100 Euro, war die angeboten. Bei Cardmarket auch so zwischen 90 und 100 Euro. Ja, Waifu-Karten allgemein. Seit dem letzten großen Hype wäre wirklich vehement nach unten gegangen. Auch hier diese schöne Karte, auch jetzt mittlerweile für 45, ja, 47 Euro aus Deutschland zu kriegen. Das ist natürlich bitter. Aber was einem hier auffällt, ist gerade bei den Waifu-Karten, dass man hier, hier sind es mehr, kein großes Angebot hat. Ja, also verhältnismäßig. So, und klar, man kann aus Japan weiterhin importieren, aber auch da muss man sagen, irgendwann hängt natürlich letztendlich von der Nachfrage ab. Aber wenn die Nachfrage mal wieder steigen sollte, gerade nach so Waifu-Karten, ja, dann könnte es meiner Meinung nach auch wieder zügig nach oben gehen. Aber das ist natürlich nur Spekulation und das muss gar nicht passieren. Aber das finde ich halt spannend, mal so einfach im Kopf dieses Gedankenspiel durchzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. 30 Euro für diese Palkia-Goldkarte. Die Dialga kostet 25 Euro. Ja, auch im Preis kann man, also bei den meisten Karten, und ich denke auch jetzt die weiteren, die wir uns angucken, die haben sich auf jeden Fall vom Preis her vor dem großen Reprint, ja, um 50% halbiert. Ja, also bei einigen sogar genau, ja, weil ich weiß, hier bei den Dialga- und Palkia-Karten, die waren immer so zwischen 40, 50 und 60 Euro. Ja, und jetzt sind die hier bei 25 und 30. So, auch eine Glura-Karte, ja, es war, die war deutlich teurer als die Mew-Karte. Jetzt sind die hier beide gleich teuer. Die war teurer als die Mew-Karte. Die Mew-Karte lag so bei 45 und 50 Euro. Die Glurak bei so 60 bis 75 Euro tatsächlich. Ja, also davon kann man natürlich jetzt mittlerweile nur noch träumen, aber tatsächlich war das mal der Fall. Ja, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht. Ich war dabei, ich kann es bezeugen. Ja, krass, krass, was da passiert ist. Aber ist klar, ja, wenn ein Produkt so oft dann nochmal geprintet wird und nicht, ja, absorbiert wird vom Markt, ja, das Angebot, dann kann sowas natürlich passieren. Deswegen, ja, das ist risky, man hat ein Risiko, wenn man in solche japanischen Produkte investiert und auch allgemein in englische, ja, bei japanischen ist es nochmal ein bisschen doller, wie ich finde. Und bei Einzelkarten müssen wir nicht drüber reden, ja, volatiler geht es gar nicht. Und dann auch noch japanisch. Darüber sollte jeder sich bewusst sein, ja, wenn man jetzt denkt, ja, da gehe ich mal rein. Ja, das kann momentan ein guter Punkt sein, kann aber auch, was weiß ich, passieren und dann geht es volatil entweder nach oben oder nach unten. So, 17,50 Euro, ja, Fully Purba, die ist tatsächlich gar nicht so doll gecrashed. Interessant, ja, hier die Freunde aus Sino, lagen auch bei 50, 60 Euro, jetzt bei 20. Die waren immer teurer als die Hisui-Friends-Karten, ja, die haben wir hier. Ne, das ist die nicht. Habe ich die hier gerade? Sonst muss ich die mal ganz kurz, interessiert mich nämlich gerade, wo die liegt. Ist die günstigere Variante gewesen von diesen Friends-Karten. Da ist sie auch jetzt, interessanterweise, 16,50 Euro, okay. Ja, wobei, ne, also, die paar Euro, das ist schon krass. Also, ja, warum auch immer die jetzt so nah wieder beieinander sind, vielleicht hat da jemand ja eine Antwort drauf. Und jetzt war zu Release die teuerste Karte und auch nach dem Release sehr, sehr lange die teuerste Karte neben der Giratina und natürlich der Pikachu-Godpack-Karte jetzt mittlerweile bei 50 Euro. Die war bei 170, ne, 160, 170 Euro hat die gekostet. Beim Anfang, jetzt liegt die hier bei 55. Ja, heftig, so kann es, so kann es, so kann es laufen. Hier eine Karte, die auch, ja, im Preis wieder sich halbiert hat. Die lag bei 30, jetzt liegt sie bei 15. Eine superschöne Karte, kriegt man im Englischen als Promokarte in der UPC. Hier auch ein absolutes Highlight, was Artwork anbelangt. Suicune, ja, lag auch bei 27, 30 Euro. 25, beziehungsweise 25 hat man sie auch schon gekriegt. Aber trotzdem hier auch jetzt bei 13 Euro. Ja, die Halbierung ist auch hier nicht vorbeigegangen. Genauso auch bei Glaciola. Und hier nochmal die Jesui-Soroak. Soroak? Wie ist da Karte? Bei 11,40 Euro aus Deutschland. So, und die letzte Karte nochmal hier, auch für 11 Euro, die Raiku-Karte. Ja, Freunde, so sieht es momentan aus. Und wenn wir hier mal kurz dann auch auf den japanischen Markt gucken. Und, ja, auch nochmal hier zum Unterstreichen, warum ich jetzt gerade es so spannend finde, in die Boosterbox reinzugehen. Ja, ich distanziere mich von Einzelkartenkäufen. Das wäre für mich jetzt gerade zu viel Risiko. Ich gehe da lieber dann den Weg, dass ich sage, ich hole mir ein Display. Gerade, wenn man es so günstig kriegt. Denn wir sind hier bei Preisen von 7.300, 7.400, 7.000 Yen, 7.400, 7.200. Ja, also diese Range zwischen 7.000 und 7.500 Yen ist hier schon sehr, sehr lange gegeben. Ja, hier jetzt auf Tagessicht. Aber und hier, und da sollte man dann genauer hingucken. Ja, wenn man mal schaut, wir sind hier im März, Anfang März. Jetzt sind wir, ja, Anfang Mai, kann man sagen. Und da ist die Range zwischen 7.500 und 7.000 Yen, ja, stets gegeben gewesen. Und dort hat sich der Preis stabilisiert. So, ich denke nicht, dass es jetzt noch groß, und das hatte ich ja anfangs schon gesagt, nach unten geht. Und entsprechend finde ich es halt spannend, sich jetzt einige Stücke entweder noch nachzukaufen, wenn man das Geld übrig hat und nicht andere Produkte irgendwie höher priorisiert hat. Ja, oder vielleicht als Erstkauf, ja, wenn man noch gar keine zu Hause hat. Denn ihr habt gesehen, welche tollen Karten man hier drin hat. Und ihr seht, die sind alle auch über 10 Euro wert. Ja, man hat in der Menge sehr, sehr viele Value-Karten drin, wie ich finde. Und Karten, nach denen auch in der Zukunft gechased wird. Meiner Meinung nach ist es immer noch, ja, ein super toller Ripspaß, den man dabei hat. Und den auch später Leute haben werden, davon bin ich überzeugt. Das ist aber auch nur meine Meinung. Und genau, wie seht ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden, der hier kommentiert. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst auf jeden Fall jetzt ein Abo da. Und natürlich ein Like. Support ist kein Mord. Genau, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.